So, das Essen hätte ich gerne. Wuh! Der macht bumm. Das droht ja ewig bei denen. Boah, sind das ein paar scheiß Viecher. Gut, dass du nicht in der Nähe war, sonst wär das jetzt das letzte Leben gewesen. Ich mache. Danke schön lieber Dennis, du hast mir den Arsch gerettet. Mal wieder. Ja. Sind wir zurück, oder? So, hier sind wir ein bisschen. Ich bin jetzt hier schon wieder, weil das ist wie das. Ja, irgendwie rennen wir ja durch dieselben Ecken 48 Mal, ja. Los, komm hier runter, los. Nein, hier ganz unten ist er. Nein, hier ganz unten ist er. Boah. Finde den Direktor. Hier müssen wir gleich hin. Ja. 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 Ja, ja. Achtung gleich weg so nicht kollege so nicht der kann da unten vor sich hin explodieren, das kann er ja noch machen also die explodierenden Viecher sind echt nervig ich bin ja noch nicht mein diesen cool doch ne wir müssen weiter nach rechts dachte ich ne aber guck mal rechts ist der Pfeil, da müssen wir eh ne höher ja aber der ist rechts angesiedelt bisher war es ja immer so, die sind in der Ecke wo wir hin müssen No, fischst du nicht wir sind essen pass auf pass auf hinter dir wir haben es echt nicht einfach wir wollen da einfach noch in Ruhe trinken komm ich komme guck mal da oben ist der Schrotwetter das hier Alter die hat man schon mal ja Infektion haben wir überlebt es ist erfüllt keine Ahnung was war überhaupt erfüllt warum wieso weshalb ja wir sind einfach durchgekommen viele viele bunte Fliegen oh was sind das das muss doch niemand wie kann ich nicht schießen ah R2 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 ach da gibt es Minuspunkte wenn man verfehlt Space Invaders mäßig soll das jetzt hier sein können wir uns irgendwie auf Teilbereiche einigen du machst Mitte bis rechts und dann was passiert wenn ihr auf dem Boden aufschlagen na warte ich will es gar nicht wissen wahrscheinlich auch nichts aber ich finde das cool diese ganzen Minispiele die sie hier so eingebaut haben vorhin schon mit dem Boot das war das war eigentlich jetzt klasse ich bin tot ich kann mich auch gerade doch ich kann nicht wieder zurückholen ich kann mich nicht mehr 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 Invasionen. Fantastisch. Schau mal, ich schafft. Punktemäßig gar nicht so gut. Geil. 5.000 und minus 800. So oben oder rechts? Oben oder rechts? Guck mal, oben, oben, oben. Oben ist ein blauer. Ich komm nicht hoch. Da kommt er auch zur Ecke mit einem Fass. Ja, das ist wichtig. Was gab's denn hier links? Eine Waffe! So, äh, Folgenwitz haben. Entschuldigung, hab ich mir jetzt gekreift. Wie gesagt, hier hinten ist so eine Wasserzange. Möchtest du die haben? Ja. Denn Basie will ich persönlich nicht. Und dann können wir ja hier noch gehen. Schlau mitnehmen. Wenn ich also richtig gemacht. Oh, die Wasserzange macht er richtig schon, ne? 40? Gut, die will ich denn im nächsten Level up haben. So, runter? Oder rechts? Du bist heiß. Wir sind heiß, Dennis. Ja. Why ever? Das war nicht clever von mir. Bleibst du denn? Kuli hier. Ah, der ist klar nicht ums Feuer. Hallo? Noch ein blauer. Gibt's denn ja alles? Ach, wenn ihr so mal kommt. Und da sind wir einfach nur gekommen. Ja, das war jetzt das Ziel für eine Granate, oder? Alle Fälle. Na, wir haben uns oben lang geprügelt. So war das. Hast du noch eine Granate über? Jo. Eine Schrot. Hast du noch eine Granate über? Jo. Eine Schrot. Eine Schrot. Eine Schrotgranate und so. Ach ja. So, das war also die alte Schule von denen. Ist ja interessant. Wie groß die so war. Ach, geht doch alle Sterne, Drecksviecher. Ach, geht doch alle Sterne, Drecksviecher. Was ist denn da oben? Ich stehe in den Flammen. Ich bin der König des heißen Feuers. Guck mal, bei mir hinten ist eine Leiter. Guck mal, bei mir hinten ist eine Leiter. Also, bei mir hier ist eine Leiter, wo man hoch könnte und weiter nach rechts. Bei dir kommt man nicht durch. Gerade nicht. Guck mal hier zurück. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Ich hab' jetzt mich doch hoch, oder? Also, ich hab' oben zwei Wege. Ich hab' hier die nächste zehn Viecher eingelockt. Also, ich komm' da nicht durch. Guck mal leid. Hauptsache ich belebt dich wieder. Genau. Das kommen gewohnt. Es geht doch. Wirklich nicht? Ich dachte da... Nein, es geht doch unten nicht lang. ich kann mir gar nicht hoch so wenn man erst ja dauer treppe hoch das war ich jetzt das tut mir leid dass du mit einem blöden fass da oben was gibt es nur um das mädel sind wir jetzt hoch gekommen ja da war ja und ich bringe sicherheit um das dann auch nur zu verpugeln mal laut planen muss man da auch hin wenn ich das richtig sehe gerade ein bisschen Vieh was ist denn wenn wir mal nach links gehen gibt es da noch mal was wie mag ich diese kleinen räume ja das ist gut wenn man erst mal links geht es noch links dann hat sich das hin kaputt kann schwarzes sprung bekämpfen sucht friedman um gegen ihn zu kämpfen bezaubert für alle die auf gruftis stehen jawohl mach mal los hallo schärmen so was kann man hier machen an die dingen gar nichts wir müssen da erstmal hoch du scheiße wir müssen da anscheinend erstmal was holen vom nachvorgang so da kommst du einfach vorhin mit der sportfilme doch super ich hab dich schon gehört das ist nicht klar das tut mir so leid ich denke mal das ist muni da muss man hinten nach links jetzt da unten in dieses biotopio ... ... Hier. Wo soll denn jetzt dieses Stück Start vor sein? Wir werden in den kleinen Raum, ja. Ach, wir sehen. Überall, wo wir auftauchen, ist mir Metze. Ist ja nicht so, dass wir hier überall schon siebenmal waren. So, da ist was. So, da ist es wieder zu mitnehmen, so kacke. So willst du, oder soll ich schleppen? Keine Ahnung, wo gesagt. So. Los. Ohne. Stell ab. Das kann ein bisschen dauern, würde ich sagen. Stimmt. So, da ist ja. Da ist ja. So. Das war's. Okay. Das war's jetzt gewesen. Na, ein Reserveleben haben wir noch. Du solltest mal einen Trank nehmen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich seh uns sterben. Ich seh uns echt sterben. Das wird so nix. Wir haben uns ja eigentlich schon relativ weit vorgekämpft. So viel kann er da nicht mehr kommen, aber ich warte immer noch auf den Boss. Was? Na los, hier geht es mir. Ich glaube, hier wieder die Punkte weg ist. Geheimgang. Geheimgang. Gibt's denn ne neue Finn? Da ist auch. The dog. Geheimgang. Wie ist dieses Schlagzeug? ich kann grad nicht, muss Shannon helfen und oder ja bitten unsus ich muss dir gerne mithelfen ohne springen oder alles einfach nur kloppen ohne springen oder jawoll weil wir ja sonst nichts zu tun haben verdammte Axt ich bin echt tot das ist doch kompletter böschig haben wir es ja gleich geschafft da haben wir immer so ein Vieh sitzt da auf Shannon drauf ne hau einfach mal mit auf das ist glaube ich nicht lohnt wenn ich es nicht haben wir gerockt gut ja 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 das ist das ist ja ja das ist nicht cool wir sind noch dick als die anderen dann kommt man nicht mal ran denn er liegt in der ecke Kino leben mehr nix. Schatz, Dennis. Wo? Ja, links. Ja, ja, ich bin auch gut. Sturm! Na gut, dass wir uns im Wechsel heim können, ne? Ja. Ich bin hin. Ich bin noch mitte. Merci. Na, die Reihen lichten sich. Dann können wir den Dicken denn jetzt verletzen? Keine Ahnung. Irgendwann so ein Kopterhafen oder so. Dann wird eine Keule von den abgekriegt. Also eine Reserveleben haben wir ja noch. Die sinds eigentlich im Gestern. Jetzt starten wir hier noch mal. Oder müssen wirs jetzt Kapitel noch mal machen? Ich bin wieder hin. Denn das machen wir schnell. So, haut es hin. Jetzt kommt er. Oh, ja. Er hat mich jetzt ja voll erwischt. Er ist ja auch nicht besser als seiner. Kommt er. Ich spiel dir auf, dass er dann eine Vieh aus hier. Aber bei ihm sieht man den Leben. Und da sind nicht viele. Die sind fast Schneemle, Dicke. Das war jetzt. Easy. Okay. Cool. Wir haben's mal drauf. Beklatscht. Was war denn das für ein Mutti-Klatscher? Und schon wieder ich schaffe. Ja. So, und damit würde ich sagen, es reicht. Es reicht, ja. Auf alle Fälle. Also vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, lasst einen Kommentar da, ob es euch gefallen hat. Ob wir irgendwas besser machen können, wie wir unseren Charakter von Dennis wiederkriegen. Irgend so was. Genau. Daumen nach oben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. In diesem Sinne. Prost. Prost.